Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir uns einem ganz besonderen Thema widmen. Ich weiß ganz genau, dass alle das Thema hassen werden, aber ja, es geht um Testen. Testen ist unfassbar wichtig, denn wie wir bei CICD schon gesehen haben, eigentlich verlassen wir uns darauf, dass wir genug Tests haben, damit wir auch merken, wenn was schief geht. Und da sind wir schon nicht mal mehr bei gutem Code, sondern schon beim Monitoring angelangt. Denn ja, wir wollen natürlich auch wissen, ob dann vielleicht woanders was passiert oder ob vielleicht unser Code kaputt ist. Also Testing umfasst eigentlich alles. Dadurch, dass wir alles automatisch haben, müssen wir auch natürlich automatisch dafür sorgen, dass alles funktioniert. Und es gibt unfassbar viele Arten von Tests und ich habe hier mal versucht, alle soweit aufzuschreiben, die mir einigermaßen eingefallen sind. Ich glaube, die Liste ist relativ komplett. Allerdings, bitte, falls ich was vergessen habe, dann ergänzt mich. Aber ich meine da also ziemlich alles drin untergebracht zu haben. Okay, also wir haben zum einen, haben wir Unit-Testing. In Unit-Testing sollte jedem von euch was sagen. Mit Unit-Tests machen wir sozusagen einzelne Abschnitte oder eben auch einzelne Units sicher, indem wir einfach wirklich alles durchtesten, was da passiert. Achtet beim Unit-Testing darauf, dass ihr nicht nur die normalen Funktionalitäten testet, sondern eben auch die Randfälle. Das ist immer das ganz besonders Tolle dabei, denn ja klar, natürlich funktioniert bei einer Matrix-Multiplikation in der Mitte alles wunderbar, aber vielleicht ist mal am Rand irgendwie der Kernel verrutscht oder so und dann gibt es Probleme. Und ja, da muss man natürlich dann auch die Randfälle testen, denn einmal kommen diese Randfälle vor, aber naja, eben nicht immer. Versucht auch Sachen wie Null-Testing oder ungewöhnliche oder verbotene Werte reinzupacken in Funktionen oder in Klassen, all diese Dinge. Dann haben wir Linting, Code-Formatting und Ban-Functions. Das ist einfach quasi ein Stiltest. Das heißt, ist das Zeug danach vielleicht noch wartbar oder ist es eher nicht so wartbar? Es gibt Linter bzw. auch Linting-Tester, das heißt, die überprüfen, ist dieser Code richtig formatiert und wenn er richtig formatiert ist, dann wird er akzeptiert, ansonsten schlägt der Test fehl, obwohl er vielleicht sogar funktioniert. Das liegt einfach daran, dass man dadurch Leute zwingen kann, guten Code oder lesbareren Code zu schreiben, wodurch dann natürlich andere besser verstehen, a, was dieser Code tut und b, besser dann auch dran weiterarbeiten können. Denn denkt immer daran, ihr arbeitet im Team. Ihr seid nicht ein Einzelkämpfer, sondern ihr arbeitet im Team. Und ja, schön, wenn ihr den Code lesen könnt, andere können es vielleicht nicht. Deswegen hält man sich an solche Regelungen. Okay, danach haben wir Integration-Tests. Integration-Tests sind Tests, die tatsächlich überprüfen, ob der Code als Gesamtes auch das tut, was er tun soll. Das heißt, die Komponenten funktionieren vielleicht unabhängig voneinander, das testen wir im Unit-Test, aber hier wollen wir das Zusammenspiel von Komponenten testen. Das hört sich erstmal abstrakt an, aber man kann zum Beispiel sich das Ganze so vorstellen, wir nehmen uns Selenium und testen durch, ob im Browser wirklich Dinge, die wir anklicken, auch das tun, was sie tun sollen. Also wenn ich auf den Button Render drücke, ja, dann möchte ich, dass mein Video gerendert wird. Sowas in die Richtung zum Beispiel. Oder wenn ich zum Beispiel einfach einen Taschenrechner programmiere, möchte ich, dass der Plus-Button auch das tut. Das heißt, ich gebe wirklich ein 3 plus 5 und dann überprüfe ich, ob das Ergebnis auch wirklich 8 anzeigt. Ja, das ist Integration-Testing. Das kommt dann auch noch natürlich. Dann haben wir so Sachen wie Test-Driven-Development, Behavior-Driven-Development und Acceptance-Test-Driven-Development. Die drei werden häufig mal zusammengefasst, obwohl sie eigentlich nicht dasselbe sind. Deswegen sind das bei mir definitiv drei verschiedene Unterpunkte. Ich kann verstehen, wenn ihr das anders gesehen habt, aber eigentlich haben die nicht wirklich was miteinander zu tun. Wir fangen vorne an. Test-Driven-Development. Test-Driven-Development bedeutet, wir testen. Und Tests sind quasi das, was wirklich unsere Entwicklung ausmacht. Das hört sich abstrakt an. Ich mache ein Beispiel. Bei Test-Driven-Development wird zuerst der Unit-Test geschrieben und zuerst der Integration-Test geschrieben. Und alles andere, also das Entwerfen von Code und das Schreiben von Code, also von tatsächlichem Code, nicht Test-Code, basiert nur auf den Tests. Und das heißt, wir wissen, was sollen die Module machen, was soll genau passieren, wie sollen die Komponenten zusammenarbeiten, alleine in den Tests. Also wir wissen es, wir halten es in Tests fest und daran orientieren wir uns. Das bringt natürlich einen gigantischen Nachteil mit sich, wenn wir, naja, Tests schreiben, die fehlerhaft sind. Das heißt, die Tests, die müssen wirklich gut, gut, gut sein. Und deswegen muss man die auch 50 Mal überprüfen, weil man niemanden hat, der die Tests überprüft. Oder man hat keine Tests, der die Tests überprüft. Deswegen muss man da vorsichtig sein. Aber ja, Test-Driven-Development, man schreibt zuerst die Tests und danach schreibt man den Code. Und wenn der Code fehlschlägt, dann guckt man genau hin, was da eigentlich passiert ist. Sozusagen doppelte Absicherung. Es kann ja der Code fehlerhaft sein, es kann aber auch der Test fehlerhaft sein. Und so hat man eben zwei Komponenten. Bei einer wird hoffentlich kein Fehler drin sein und beziehungsweise sie werden nicht beide denselben Fehler haben. Deswegen lässt man auch normalerweise die Tests nicht dieselbe Person schreiben, wie die, die das Modul gemacht hat. Denn wenn die Person, die das Modul geschrieben hat, einen Denkfehler hat, dann hat das normalerweise auch die Person, die den Test schreibt. Also wenn es dieselbe Person ist. Deswegen zwei verschiedene Personen da dran lassen. Okay, Behavior-Driven-Development. Eigentlich was völlig anderes. Behavior-Driven-Development, ich mag den Namen eigentlich nicht. Es gibt noch einen alternativen Namen, der heißt Specification-Driven-Development. Der ist sehr selten anzutreffen, beschreibt aber besser, was damit gemeint ist. Zu deutsch Anforderungsgetriebene Softwareentwicklung. Man formuliert seine Testfälle, so dass auch wirklich jeder diese Testfälle versteht. Der Sinn dahinter ist der, dass man diese Testfälle dann tatsächlich in das Dokument reinschreibt und man dieses Dokument mit den Testfällen, die in der natürlichen Sprache verfasst sind, dem Kunden vorlegt. Und der Kunde liest sich das durch und sagt, jo, das ist genau das, was ich bestellt habe. Oder er sagt, im schlimmsten Fall, äh, halt stopp. Aber dann haben wir eben schon eine Fast-Feedback-Loop. Sprich, wir haben früh gemerkt, dass das eigentlich nicht das ist, was der Kunde möchte. Und deswegen formuliert man diese Test so, dass sie auch jemand, der kein Informatiker ist, gut verstehen kann. Das heißt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal hier mein Schneideprogramm, okay. Gegeben ist das, so, also bei gegeben ist das, schreibt man danach hin, was die Vorbedingung ist. Das heißt, gegeben ist, dass eine Videodatei importiert wurde und dadurch habe ich die Möglichkeit, mehrere Sachen zu sagen und diese Videodatei in die Zeitleiste eingefügt wurde. Das sind meine beiden Vorbedingungen. Dann kommt der eigentliche Test, wenn der Nutzer auf Schneiden drückt, dann, also dieses Wenn, Dann sind auch wieder Schlüsselwörter sozusagen, dann soll die Videodatei in zwei Fragmente unterteilt werden. Das ist quasi mein, mein Test. Also das ist tatsächlich ein Test. So wird ein Test geschrieben, ja, in dieser natürlichen Sprache. Und tatsächlich gibt es Frameworks, die euch erlauben, das zu machen. Eins davon ist Cucumber, mit dem habe ich schon relativ viel gearbeitet. Allerdings gibt es da noch sehr, sehr viele andere, die ich jetzt hier gar nicht alle aufzählen kann, weil es quasi für jedes Framework, jede Sprache hat ihr eigenes Test-Framework sozusagen. Und ja, da kann man wirklich das Ganze ungefähr so formulieren. Nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch meistens, aber ja, eben auch mit diesem Given and When Then. Diese drei Schlüsselwörter und daraufhin packt man das quasi so zusammen. Dadurch haben wir einen Test, der wirklich genau so einfach abgeschrieben werden kann, aus der Spezifikation, die der Kunde wirklich bestätigt hat. Ja, super, super wertvoll. Okay, so, dann ganz kurz zu Acceptance Test-Driven Development. Acceptance Test-Driven Development ist ja eigentlich schon im Namen Test-Driven Development. Das heißt, das ist genau dasselbe wie Test-Driven Development, nur dass man hier tatsächlich die Acceptance Tests, also die Akzeptanz Tests, schreibt, bevor der eigentliche Code geschrieben wird. Das heißt, man schreibt diese Tests, die man zum Beispiel im Behavior-Driven Development formuliert hat und von dem Kunden abgesegnet hat, schreibt man, bevor man mit der eigentlichen Software anfängt. Das heißt, man schreibt quasi diese Behavior-Driven Development Tests, so wie man normale Tests in Test-Driven Development schreiben würde. Acceptance Test-Driven Development ist quasi eine Kombination aus Test-Driven Development und Behavior-Driven Development. Okay, so, dann kommen wir noch zu separaten Arten von Testen, und zwar Infrastructure Testing. Es kann sein, dass ein Server einfach eine Macke hat, ja, das kommt vor. Eine HDD macht schlapp, eine SSD macht auch schlapp und irgendwann spürt man das mal. Da gehen Daten verloren, das möchte man vermeiden. Deswegen gibt es Infrastructure Testing und das muss einfach hin und wieder mal gemacht werden. Da gibt es dann auch Test-Frameworks oder eben Test-Module oder Programme, die man dann einfach regelmäßig laufen lässt und die in einem Monitoring zusammenfassen. Hey, hier, Achtung, da ist was kaputt, das ist nicht so geil. Die HDD oder der Arbeitsspeicher hat hier zum Beispiel Leaks oder macht Schwierigkeiten oder, oder, oder. Da gibt es sehr, sehr viel. Einfach, dass man das auch tatsächlich mit in die To-Do-Liste aufnimmt, im Monitoring zu überwachen, ob wirklich die Hardware auch absolut stabil ist, damit da nichts Unerwartetes passiert. Dann Performance Testing ist eine Art, also ist quasi wie gut oder wie agiert der Server beziehungsweise das System unter Stress. Das heißt, wir haben hier verschiedene Arten von Performance Testing, und zwar Load Testing, Stress Testing, Soak Testing und Spike Testing. Das hört sich jetzt erstmal wieder total bescheuert an, sind aber vier unterschiedliche Arten, nur ich hatte hier keinen Platz mehr, um euch die alle separat zu zeigen. Das heißt, die sollten eigentlich auch alle eher nachts laufen, wenn das System nicht so ausgelastet ist oder nicht auf dem Produktivsystem, sondern auf einem alternativen System, um das zu messen. Da braucht man dann tatsächlich sehr, sehr viele simulierte Anfragen. Aber ja, zunächst einmal Load Testing bezeichnet einfach den ganz normalen Test unter etwas erhöhter Last, also überdurchschnittlich hohe Last, aber nicht so überdurchschnittlich, dass es wirklich anstrengend wird. Also so, dass man quasi sagen kann, okay, wir haben gerade wirklich gut eine Anzahl an Kunden, die wir normalerweise in Stoßzeiten auch hätten. Stress Testing bezeichnet das Ganze, wenn ich wirklich sehr, sehr, sehr viele, eigentlich zu viele Kunden habe. Das heißt, man testet, wie reagiert das System, wenn man eigentlich zu viel hat, geracht es dann komplett zusammen oder sperrt es nur einzelne Nutzer aus. Solche Verhaltensweisen kann man dann testen. Soak Testing ist quasi ganz normale Last, das heißt, wie reagiert das System unter einer ganz normalen Last. Ist das jetzt irgendwie kritisch schon, wenn ich 50 Nutzer habe, obwohl ich immer 50 Nutzer habe? Und wenn ja, warum? Spike Testing ist, wenn ich ganz normal 50 Nutzer habe und dann plötzlich habe ich 5000 Nutzer. Und dann wieder 50. Das heißt, einmal ganz kurz ein unfassbar hoher Anstieg an Anfragen, der vielleicht durch eine Werbekampagne hervorgerufen werden kann oder durch irgendein Event, das man da gerade macht. Deswegen Spike Testing auch sehr, sehr wichtig. Ja, und zu guter Letzt das, was ich meistens mache, tatsächlich Security Testing. Security Testing bezeichnet hier sowohl Black- als auch Whitebox-Testing und meint damit tatsächlich Pentests, meint Security Audits in allen erdenklichen Geschmacksrichtungen. Da kann ich jetzt hier gar nicht in die Tiefe eingehen. Da gibt es so, so viel, was man da machen kann. Und gerade Security Testing ist einfach insane viel. Gut, das ist es eigentlich auch schon zu testen, nur dass ihr hier nichts vergesst. Es ist wirklich eine richtige Bandbreite, was man da alles bedenken muss. Und ja, ich glaube, dass alles davon wirklich wichtig ist, dass man keins davon vernachlässigen sollte. Deswegen hier eine Auflistung von dem, an was ihr denken solltet. Gut, das war es von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.